Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es den vierten Teil zu meiner Lesung aus meinem Buch Wenn das Herz spricht. Und zwar kommen wir heute zum Gedicht Nummer 17 Welches heisst, drehen im Bauch Jeden Tag, an dem ich aufstehe, freue ich mich, wenn ich dich wiedersehe Du bringst mein Blut zum Kochen, das spüre ich bis in die Knochen Ein Blick in deine Augen und ich kann es kaum glauben Wie wunderschön du für mich bist Ich weiß, dass das noch nicht alles ist Ich liebe dich, das tue ich sehr Es nicht zu zeigen, fällt mir schwer Denn du bist so wundervoll Für mich einfach so toll Es dreht sich so in meinem Bauch Ich hoffe, du spürst es auch Baby, du lässt mich schweben Lass mich Lass mich bitte Mit dir leben So, das war ein kurzes Aber feines Gedicht Passend zu dem Hintergrund, wie ich finde Und ich wollte dazu noch fragen Ob ich immer die Gedanken dazu auch noch vorlesen sollte Oder Ob ihr nur die Gedichte hören wollt Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben Oder mir sonst Bescheid geben Auf Facebook und wo ich sonst noch bin Das seht ihr alles auf meinem Kanal Ich habe alles verknüpft Was ich verknüpfen kann Aber ich wäre froh, wenn ihr mir Bescheid sagen würdet Damit ich weiß, ob ich das auch noch dazu nehmen soll Naja, das war's mit diesem Video Und ich wünsche euch einen schönen Abend Mittag oder Morgen, je nachdem Wann ihr dieses Video sieht Dann bis bald Und habt eine gute Zeit Tschüss Achso Tschüss zusammen